Hallo, 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 willkommen zu einem kleinen Sneak Peek Ankündigungsvideo von Clash Royale von dem kommenden Update. Gestern kam schon was raus und zwar dieses hier. Es sind zwei Sneak Peeks, die ich heute euch zeigen werde und die sind einfach so großartig, super geil und super toll. Und zwar auf der offiziellen Seite clashroyale.com gibt es das Ganze, die Updates dort immer zuerst. Und zwar Sneak Peek Nummer 1, der schon kam. Dort steht drin, sehen wir hier, beziehungsweise die Änderungen sind ganz einfach, wir bekommen einen Live-Spectator-Modus. Und zwar kann man dann bei freundlichen Battles, kann man live zuschauen und Konfetti werfen. Oh mein Gott, man kann Konfetti werfen. Nee, also für die ganzen Turniere und so weiter, es sind also sehr viele Turniere geplant, gibt es diesen Modus, beziehungsweise diese Art, dieses Live-Spectator-mäßig. Dort sieht man dann, wie viele gerade zuschauen und rechts hat man als Zuschauer eine kleine Trote, da kann man draufdrücken und da kommt Konfetti reingeflogen. Und zwar aufs Spielfeld, das sieht also quasi der Typ, der gerade am Zocken ist. Ob das nervig ist, ich hoffe nicht, weil sonst wäre es blöd. Aber das ist ganz cool für kommende Turniere und ich habe schon Bock drauf. Turniere sind nämlich geil bei Clash Royale und sowas wird es natürlich auch auf meinem Kanal geben. Von daher mit dem Update wird das auf jeden Fall dann bald kommen. Turniere hier bei Zuschauer-LP, habt ihr Bock? Na klar. Ebenso, TV-Royale-Channels wurden angepasst und zwar gibt es jetzt TV-Royale-Channels für jede Arena. Von 1 bis quasi zur Legendary-Arena gibt es dann Spiele zu sehen, man kann so durchklicken und so weiter und so fort. Also nicht nur die höchsten Boys sind drin, das heißt jeder hat die Möglichkeit dann bei Clash Royale, TV-Royale meine ich, quasi dabei zu sein. Dazu die minimalen Änderungen, aber jetzt zum Sneak Peek Nr. 2 und der hat es in sich, Leute. Aber richtig hat er in sich und zwar mehr Rewards für alle. Mehr Karten, mehr Gold, mehr Loot, mehr geile Titten, alles. Und zwar sehen wir es hier. Gold geht's los und zwar sieht man hier, wenn die Gold, beziehungsweise wenn die Kisten voll sind, eure Kisten-Slots hier unten. Normalerweise bekommt man ja dann quasi nur noch Pokale oder Minuspokale, wenn man gewinnt, beziehungsweise wenn man verliert. Jetzt bekommt man Gold. Wie geil ist das denn bitte? Man bekommt Gold jetzt bei jedem Kampf und wenn man quasi keine Kisten und Gold bekommt, bekommt man nur noch Gold. Das heißt, jetzt kann man richtig geil durchgehen durch Suchten des Todes und bekommt dafür Gold pro Kampf, auch wenn die Kisten unten voll sind, was ich sehr cool finde. Ebenso mit der Crown Chest, habe ich schon mal angekündigt, da ist quasi jetzt doppelt so viel drin in der Crown Chest. Mehr Zeug pro Crown Chest, wenn man sich die gönnt, jeden Tag kennt das ja, muss man sich die 10 Kronen gönnen und wenn man dann die Truhe aufmacht, bekommt man Loot. Jetzt quasi mehr drin in der Crown Chest. Sehr geil, das heißt mehr Karten, mehr Loot, mehr geiler, alles toll. Ebenso, die Supermagie Chest Truhen wurden verdoppelt, also die Chance eine zu bekommen, nicht im Shop, sondern halt normal. Wenn man quasi zockt, hat sich die Chance verdoppelt eine Super, oder wird sich die Chance verdoppeln eine Supermagietruhe zu bekommen und die dann quasi anzulocken, beziehungsweise dann durchlaufen zu lassen. Also doppelte Chance auf Supermagietruhen und wir haben Chance zu, genau, und ebenso auf Giant und Magic Chest eine größere Chance, dass die gedroppt werden. Das ist natürlich großartig. Donation Rewards wurden auch geändert und zwar, umso höher man in der Arena ist, umso mehr kann man anfordern in seinem Clan, viel mehr Karten. Das ist geil, ich habe gesehen, zum Beispiel, wenn man, glaube ich, in der legendären Arena ist, kann man zum Beispiel, ich glaube, waren es zwei oder vielleicht sogar drei epische, nicht epische, kann man ja gar nicht, sondern seltene Karten anfordern. Vorher war es ja nur eine, ich glaube, wenn man Legendary ist, sogar zwei oder drei, keine Ahnung, werden wir sehen, wie sich das auf jeden Fall auswirkt. Auf jeden Fall, umso höher man in der Arena ist, umso mehr Karten kann man anfordern im Clan und umso mehr kann man gespendet bekommen. Was ich sehr cool finde, weil umso höher man in der Arena ist, hat man auch meistens umso höhere Karten und umso mehr Karten braucht man auch, um die zu maxen. Ist ja logisch und um abzugraden. Von daher auch ganz cool. Ebenso, habe ich schon angekündigt, und zwar Kartshop. Die legendären Karten sind dann in dem Shop verfügbar ab dem Update und zwar in der Legendary Arena. Das Ganze hier von Sneak Pick Nr. 2. Wir fassen alle zusammen. Sneak Pick Nr. 1 sehen wir hier für Turniermodus und für TV Royale, wo es angepasst, nicht angepust, Alter, angepasst hier. Für TV Royale und für den Live Spectator Modus. Und Sneak Pick Nr. 2. Mehr Loot in den Kisten. Richtig geil. Also Crown Chest mehr. Wir bekommen Gold, wenn unsere Kisten voll sind. Wir bekommen allgemein mehr Gold. Und die Chance wurde verdoppelt auf Super Magie Thrun und die Chance auf Giant und Magic Chest wurde auch erhöht. Ebenso mehr Donations und halt Legendaries im Shop. Ab der Legendary Arena. Und das ist ganz cool. Bislang läuft es. Es sieht ganz gut aus. Ich bin gespannt auf Sneak Pick Nr. 3. Ich will natürlich ein Video bei mir auch auf dem Kanal folgen, ob noch der Lava-Hund kommt oder nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich auf neue Karten. Die werden natürlich großartig. Und wenn neue Karten kommen, dann natürlich bei den letzten Sneak Beaks. Wann das Update kommt, wissen wir nicht. Steht auch in den Sternen. Ich bin gespannt. Und wenn euch diese Information gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, über ein Däumchen nach oben. Und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ebenso, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr den gerne abonnieren. Alle Clash of Clans und Clash Royale Updates, Sneak Peaks als erstes auf meinem Kanal. Genauso wie Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, schaut wieder vorbei. Ihr seid ein Haufen Supernaster Boys. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal und Tschüssi.